Ladies and Gentlemen, der Runde Baywatch. Yeah, wir retten dich. Natürlich laufen wir so wie Baywatch mäßig. Yeah, man. Aha, aha. Oh yeah, oh yeah. Ja, hallo YouTube. Dies ist unser neues Projekt. Arx Survival Evolved. Auf den Server Closer Slant. Ist immer auf dem aktuellsten Stand. 70 Slots. Und ich bin nicht allein. Der Crazy Kev ist auch dabei. Moin, moin. Ja, hallo. Tut mir leid, dass ich so eine lange Anrede machen musste. Aber sein muss, muss sein. Erstmal den Namen ändern. Closer, oder mal? Was nehmen wir denn? Ich mach... meinen ein bisschen kleiner. Ich mach einfach nur meinen ein bisschen kleiner. Zack. Oh. Ja, man. Okay, so klein wird's auch nicht. Bisschen Nacken. So. Rote Augen. Und ich bin schon mal bereit für meinen Charakter. Ah nein, 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 bin ich noch nicht. Die Arme. Die Hände gehen mal gar nicht. Das sind ja wirklich solche... Ah nein, das ist zu wenig. Muss ja schon ein bisschen realistisch sein. So wie im Real Life halt. So. Okay, die Hände sind jetzt ein bisschen krüppelig. So. So. Okay. Äh. Wir können jetzt aussuchen hier. Spawn Region. Wo spawnen wir? East. Nord. Süd. Oder West. Was möchtest du, CrazyCaf? Wir nehmen Südzone 1. Südzone 1. Hitler und... Oh. Oh shit. Die Wiedergeburt. Okay, mein Charakter heißt Bob. Haha. Hey, ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja. Wow. So, Freund bei dir, Beaster. Moin. Ah. Hi. Hi, Bob. So, was. Ich kann dir auf den Kopf spucken. Allererstes. Lade ich dich ein in der Tribut. Oder Tribüt. Oder wie auch immer. Du musst E gedrückt halten bei mir. Und... Ja, hab schon. Ach schon, super. Jo. Wir fangen an. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Erstmal farmen. Jo, wir sollten uns erstmal ziemlich schnell aufrüsten. Farmen, farmen, farmen. Fressen und wie auch immer. Steine brauchen wir. Du bist schon fleißig Holz am farmen, weil wir müssen uns ja irgendwie ein bisschen schützen, ne? Ja. Ich guck mal, was hier eigentlich in der Gegend ist. Weil ich sehe hier keine Dinos. Ist doch auch chillig. Ja, ja. Schöner, kleiner Platz. So. Okay, ich sehe doch Dinos. Wir müssen auch nochmal auf F, ne? Oder nicht auf I? Äh, auf F oder I. Das spielt keine Rolle. So. Das hab ich schon mal. Hoffe ich mal, dass wir wenigstens ein bisschen Wood bekommen. Also, ne Pickaxe hab ich. Mir fehlt Tej. Und Fle- Okay, ne Pickaxe hast du. Mir fehlt noch ein bisschen Tej. Komm schon, komm schon, komm schon. So, das müsste jetzt reichen. Und craften. Ja man, level up, level up. So gehört sich das. Ja, ich auch. So, als allererstes, was lerne ich denn? Ich glaube, Speer ist wichtig. Kann ich noch was lernen? Wenn du Speer machst, dann gucke ich, ob ich was anderes mache. Zwei Punkte habe ich noch. Was kann ich für zwei Punkte noch lernen? Nichts mehr. Ich würde sagen, erstmal die Axt. Für die Axt brauchen wir Flynn und Tej. Okay. Speer machst du, dann brauche ich das nicht. Hast du Feuer? Ne, Campfeuer habe ich nicht. Gut, dann mache ich das. Oh Mann. Jetzt habe ich noch zwei, aber die behalte ich. Ah, hier können wir keinen Stein abbauen. Wo sind hier Steine? Da. Ja, ich gucke gerade auch. Bin als allererstes auf. Oh Mann, was war eigentlich denn das gerade? Was denn? Was ist los? Ich glaube, das liegt an deinem Server ohne Witz. Ne, weiß ich nicht. Weil ich gerade kurz am Stehen geblieben bin. Bist du sicher, das liegt am Server? Ja, jo. Mein Rechner kann das auch Hundeabfloh nicht sein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was? Tot? Nein. Wir kriegen Besuch. Ah. Haltete den ein bisschen hin. Ich gucke eben, was wir für einen Speer brauchen. Wood. Ja, ich habe Wood. Ja, schön für deinen Wood jetzt. Hihi. Geh mal weg hier. Ja, ich... Ja, ja, ich renne schon, ich renne schon. Ich mache mir schnell eine Axt. Okay, er hat sich umgedreht. Du machst dir eine Axt? Äh, er hat sich umgedreht? Gut. Ich habe jetzt zwei Axt gecrafted. Wir brauchen jetzt Axt. Was kann ich denn jetzt schon mal craften? Okay, ich kann mir eine Axt craften. Eine Fackel, aber noch kein Lagerfeuer. Brauche ich noch zwei Steine. So, ganz schnell Holz. So. Äh, ich habe dir... Für dich habe ich eine Axt. Da. Ich werde jetzt schon mal das Lagerfeuer craften. Kev? Ja? Ich habe für dich eine Axt. Ja, ich habe mir jetzt... Ich habe ja auch nur das Lagerfeuer jetzt gecraftet. Okay, ich gucke mal irgendwie viele Speere. Da bist du, okay. Okay, ich brauche noch Fiber. Warte mal. Ich laufe meine Axt los. Ja, ich droppe die hier in meiner Axt. So. Drop Item. Bitteschön. Wir brauchen schnell noch Fiber. Also, wenn ihr Lust habt, hier mitzuspielen. Wir sind gerade frisch angefangen. Wie man sehen kann. Danke, dass du mir ins Wort gefallen bist. Ähm. Dann schreibt einfach in den Kommentaren oder schreibt mir eine private Nachricht oder den CrazyCave. Könnt ihr auch natürlich anschreiben. Und dann könnte man eigentlich alles regeln im TS. Weil es gibt so ein paar Regeln auf dem Server. Und jo. Jeder ist herzlich willkommen, würde ich sagen. So, Kev, ich mache jetzt gerade fünf Speere. Ja, ich bin gerade Holzfarm. Wow, wow, wow. Das ist hier wirklich Hardcore, Hardcore, Hardcore aufbauen. Nein, wir wollen ja ziemlich schnell vorankommen. Okay, fünf. Okay, level up. Und ich bin zu schwer. Also, ich werde jetzt mal Kisten gucken, ob ich schon die Kisten machen kann. So, drei Stück habe ich hier. Dann gehe ich den nächsten auf Stamina. So, was können wir denn? Als allererstes ist, glaube ich, Trinken wichtig. Oder Sleeping Bag. Beides. Ich glaube, ich mache jetzt einfach Trinken. Lernen. Ja, ich habe... Genau, das... Oh, das gleiche habe ich jetzt gerade gelernt. Oh. Okay, dann habe ich beide jetzt das Gleiche. Was brauche ich denn da? Okay. Also, tschüss. Okay, ich brauche, ähm, Leder. Haha, ich habe dann das erste Viech gekillt. Damit wir direkt auch Fleisch haben, mein Freund. So, 32 Mal Fleisch haben wir. Ja, und ich habe übelst viel Holz dabei. Ich bin so langsam. Wo bist du denn? Hier. Zurück, zurück. Richtung. Genau. Ja. Ja, warte mal. Ich schmeiße dir eben... Schmeißt du mir einfach Holz hin und ich... Schmeiße dir hier die schönen Sachen hin. Also, Campfeuer kannst du noch nicht machen, ne? Äh. Feuer habe ich schon. Also, habe ich schon... Ähm... Dings, Lagerfeuer habe ich schon gemacht. Wo ist, steht der denn? Äh, habe ich noch bei mir im Inventar. Ja, ja, dann setz dich mal hier vorne am besten hin. Hier sieht das ja auch schön kuschelig aus. Damit ich Fleisch braten kann. Ach, du kannst ja nicht trennen. Nein. Der alte Knacker ist unterwegs. Okay, dann schmeiß mal Holz hier auf den Boden. Kann ein bisschen noch tragen. 100? Bitteschön. Kriegst du mit. Ja. Yeah, slow motion, Leute. Was hast du jetzt mal gebrannt? Nein. Ich würde sagen, ich bin einfach schlimm viel in der Mittagsfeuer, ne? Ja. Mein. Gewinn. Nein, Leute, Spaß beiseite. Äh, ich bin nur ziemlich vollgeladen und deswegen laufe ich wirklich so... ...episch... ...langsam. Schaut mal. Oh, Tyrannimo. Wird schon cool gemacht? Äh, wir haben schon sechs Metall, ne? Super, ja, ich habe da auch Metall weggeschmissen. Aber was wollen wir... Was wollen wir jetzt mit Metall? Brauchen wir. Kevin. Ja, hi. Ja, moin. Ich muss dir hinterher mal in der Aufnahme angucken. Dum, 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 dum. Ladies and Gentlemen, eine Runde Baywatch. Yeah, wir retten dich. Ho. Natürlich laufen wir so wie Baywatch mäßig. Yeah, Mann. Aha, aha. Oh, yeah. Oh, yeah. Das musst du dir unbedingt angucken. Stopp, das reicht jetzt. Ach, shit. Warum komme ich jetzt nicht in meinen Charakter zurück? Ach, ja, ich habe ja K gedrückt. Danke. Wir schmeißen natürlich die Hälfte hier rein, alles rein. Und wir haben schon unsere erste Nahrungsquelle. Ich habe Steine, was hast du? Ich habe Holz und was hast du? Okay. Da kann ich nicht mithalten. Shit, ne? Jetzt habe ich sie gegeben. Ja. Ah, wir können auch keine Kisten machen. Und die erste Nacht bricht an, mein Freund. Heya, heya, hey. Hey. Oh, wir legen uns mal eine Runde schlafen. Wie schmeißt man sich hin? La, la, la. Du drückst einfach E, X. Also jetzt einmal wieder C drücken und dann einmal X. Ja. Kevin. Da, 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 da. Leute. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Das erste Let's Play. Das war's für heute. Von Ark. Ja, wir sind noch ein bisschen überlegen, ob wir vielleicht... Knackarsch. Nein, daran sind wir nicht einmal überlegen, ob wir vielleicht noch so ein paar Offline-Aufnahmen machen, so die ersten Vorbereitungen. Oder ob ihr wirklich das komplette Paket seht. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und schaut mal den Crazy Kev vorbei. Er ist ein bisschen crazy, das merkt ihr. Und ja, Kev, ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.